Franz Kafka, das Schloss, Kapitel 10 Stand gehalten oder nachgegeben hatte. Eine intrigante Natur, scheinbar sinnlos arbeitend wie der Wind, nach fernen, fremden Aufträgen, in denen man nie Einsicht bekam. Kaum hatte er ein paar Schritte auf der Landstraße gemacht, als er in der Ferne zwei schwankende Lichter sah. Dieses Zeichen des Lebens freute ihn, und er eilte auf sie zu, die ihm auch ihrerseits entgegenschwebten. Er wusste nicht, warum er so enttäuscht war, als er die Gehilfen erkannt Sie kamen ihm doch, wahrscheinlich von Frieda geschickt, entgegen, und die Laternen, die ihn von der Finsternis befreiten, in der es ringsum gegen ihn lärmte, waren wohl sein Eigentum. Trotzdem war er enttäuscht, er hatte Fremde erwartet, nicht diese alten Bekannten, die ihm eine Last waren. Aber es waren nicht nur die Gehilfen, aus dem Dunkel zwischen ihnen trat Barnabas hervor. »Barnabas«, rief Ka, und streckte ihm die Hand entgegen. »Kommst du zu mir?« Die Überraschung des Wiedersehens machte zunächst allen Ärger vergessen, den Barnabas und Ka einmal verursacht hatte. »Zu dir«, sagte Barnabas unverändert freundlich wie einst, »mit einem Brief von Klamm.« »Ein Brief von Klamm«, sagte Ka, den Kopf zurückwerfend, und nahm ihn eilig aus des Barnabas' Hand. »Leuchtet«, sagte er zu den Gehilfen, die sich rechts und links eng an ihn drückten und die Laternen hoben. K. musste den großen Briefbogen zum Lesen ganz klein zusammenfalten, um ihn vor dem Wind zu schützen. Dann las er, »Dem Herrn Landvermesser im Brückenhof. Die Landvermesserarbeiten, die Sie bisher ausgeführt haben, finden meine Anerkennung. Auch die Arbeiten der Gehilfen sind lobenswert. Sie wissen, sie gut zur Arbeit anzuhalten. Lassen Sie nicht nach in Ihrem Eifer. Führen Sie die Arbeiten zu einem guten Ende. Eine Unterbrechung würde mich erbittern. Im Übrigen seien Sie getrost. Die Entlohnungsfrage wird nächstens entschieden werden. Ich behalte sie im Auge.« K. sah vom Brief erst auf, als die viel langsamer als eher lesenden Gehilfen zur Feier der guten Nachrichten dreimal laut »Hurra« riefen und die Laternen schwenkten. »Seid ruhig«, sagte er, »und zu Barnabas, es ist ein Missverständnis.« Barnabas verstand ihn nicht. »Es ist ein Missverständnis«, wiederholte K., und die Müdigkeit des Nachmittages kam wieder. Der Weg ins Schulhaus schien ihm noch so weit, und hinter Barnabas stand dessen ganze Familie auf, und die Gehilfen drückten sich noch immer an ihn, sodass er sie mit dem Ellenbogen wegstieß. Wie hatte Frieder sie ihm entgegenschicken können, da er doch befohlen hatte, sie sollten bei ihr bleiben? Den Nachhauseweg hätte er auch allein gefunden, und leichter allein als in dieser Gesellschaft. Nun hatte überdies der eine ein Tuch um den Hals geschlungen, dessen freie Enden im Winde flatterten und einige Male gegen das Gesicht K. geschlagen hatten. Der andere Gehilfe hatte allerdings immer gleich das Tuch von K.'s Gesicht mit einem langen, spitzen, immerfort spielenden Finger weggenommen, damit aber die Sache nicht besser gemacht. Beide schienen sogar an dem Hin und Her Gefallen gefunden zu haben, wie sie überhaupt der Wind und die Unruhe der Nacht begeisterte. »Forte«, schrie K., »wenn ihr mir schon entgegengekommen seid, warum habt ihr nicht meinen Stock mitgebracht? Womit soll ich euch denn nach Hause treiben?« Sie duckten sich hinter Barnabas, aber so verängstigt waren sie nicht, dass sie nicht doch ihre Laternen rechts und links auf die Achseln ihres Beschützers gestellt hätten. Er schüttelte sie freilich gleich ab. Barnabas sagte K., und es legte sich ihm schwer aufs Herz, dass ihn Barnabas sichtlich nicht verstand, dass in ruhigen Zeiten seine Jacke schön glänzte, wenn es aber ernst wurde, keine Hilfe, nur stummer Widerstand zu finden war. Widerstand, gegen den man nicht ankämpfen konnte, denn er selbst war wehrlos, nur sein Lächeln leuchtete, aber es half ebenso wenig wie die Sterne oben gegen den Sturmwind hier unten. »Sieh, was mir der Herr schreibt«, sagte K. und hielt ihm den Brief vors Gesicht. »Der Herr ist falsch unterrichtet. Ich mache doch keine Vermesserarbeit, und was die Gehilfen wert sind, siehst du selbst. Und die Arbeit, die ich nicht mache, kann ich freilich auch nicht unterbrechen. Nicht einmal die Erbitterung des Herrn kann ich erregen. Wie sollte ich seine Anerkennung verdienen? Und getrost kann ich niemals sein.« »Ich werde es ausrichten«, sagte Barnabas, der die ganze Zeit über am Brief vorbeigelesen hatte, den er allerdings auch gar nicht hätte lesen können, denn er hatte ihn dicht vor dem Gesicht. »Ach«, sagte K., »du versprichst mir, dass du es ausrichten wirst, aber kann ich dir denn wirklich glauben? So sehr brauche ich einen vertrauenswürdigen Boten jetzt mehr als jemals.« K. biß in die Lippen vor Ungeduld. »Herr«, sagte Barnabas mit einer weichen Neigung des Halses, »fast hätte K. sich wieder von ihr verführen lassen.« »Barnabas zu glauben. Ich werde es gewiß ausrichten. Auch, was du mir letztendlich aufgetragen hast, werde ich gewiß ausrichten.« »Wie«, rief K., »hast du denn das noch nicht ausgerichtet? Warst du denn nicht am nächsten Tag im Schloss?« »Nein«, sagte Barnabas, »mein guter Vater ist alt, du hast ihn ja gesehen, und es war gerade viel Arbeit da, ich musste ihm helfen, aber nun werde ich bald wieder einmal ins Schloss gehen.« »Aber was tust du denn, du unbegreiflicher Mensch«, rief K. und schlug sich an die Stirn. »Gehen denn nicht Klamms Sachen allen anderen vor?« »Du hast das hohe Amt eines Boten und verwaltest es so schmählich? Wen kümmert die Arbeit deines Vaters?« »Klamm wartet auf die Nachrichten, und du, statt im Lauf dich zu überschlagen, ziehst es vor, den Mist aus dem Stall zu führen.« »Mein Vater ist Schuster«, sagte Barnabas unbeirrt. »Er hatte Aufträge von Brunswick, und ich bin ja des Vaters Geselle.« »Schuster, Aufträge, Brunswick«, rief K. verbissen, als macht er jedes der Worte für immer unbrauchbar. »Und wer braucht denn hier Stiefel auf den ewig leeren Wegen? Und was kümmert mich diese ganze Schusterei? Eine Botschaft habe ich dir anvertraut, nicht damit du sie auf der Schusterbank vergisst und verwirrst, sondern damit du sie gleich hinträgst zum Herrn.« Ein wenig beruhigte sich hier K., als ihm einfiel, dass Jack Klamm wahrscheinlich die ganze Zeit über nicht im Schloss, sondern im Herrenhof gewesen war. Aber Barnabas reizte ihn wieder, als er K.s erste Nachricht, zum Beweis, dass er sie gut behalten hatte, aufzusagen begann. »Genug, ich will nichts wissen«, sagte K. »Sei mir nicht böse, Herr«, sagte Barnabas und, wie wenn er unbewusst K. strafen wollte, entzog er ihm seinen Blick und senkte die Augen. Aber es war wohl Bestürzung wegen K.s Schreien. »Ich bin dir nicht böse«, sagte K. Und seine Unruhe wandte sich nun gegen ihn selbst. »Dir nicht, aber es ist sehr schlimm für mich, nur einen solchen Boten zu haben für die wichtigsten Dinge.« »Sie«, sagte Barnabas, »und es schien, als sage er, um seine Botenehre zu verteidigen, mehr als er dürfte. Klamm wartet doch nicht auf die Nachrichten. Er ist sogar ärgerlich, wenn ich komme.« »Wieder neue Nachrichten«, sagte er einmal. »Und meistens steht er auf, wenn er mich von der Ferne kommen sieht, geht ins Nebenzimmer und empfängt mich nicht.« »Es ist auch nicht bestimmt, dass ich gleich mit jeder Botschaft kommen soll. Wäre es bestimmt, käme ich natürlich gleich. Aber es ist nichts darüber bestimmt, und wenn ich niemals käme, würde ich nicht darum gemahnt werden. Wenn ich eine Botschaft bringe, geschieht es freiwillig.« »Gut«, sagte K., Barnabas beobachtend und geflüssentlich wegsehend von den Gehilfen, welche abwechselnd hinter Barnabas Schultern wie aus der Versenkung langsam aufstiegen und schnell mit einem leichten, dem Winde nachgemachten Pfeifen, als seien sie von K.s. Anblick erschreckt, wieder verschwanden. So vergnügten sie sich lange. »Wie es bei Klamm ist, weiß ich nicht, dass du dort alles genau erkennen kannst, bezweifle ich, und selbst wenn du es könntest, wir könnten diese Dinge nicht bessern. Aber eine Botschaft überbringen, das kannst du, und darum bitte ich dich, eine ganz kurze Botschaft. Kannst du sie gleich morgen überbringen und gleich morgen mir die Antwort sagen oder wenigstens ausrichten, wie du aufgenommen wurdest? Kannst du das und willst du das tun? Es wäre für mich sehr wertvoll, und vielleicht bekomme ich noch Gelegenheit, dir entsprechend zu danken, oder vielleicht hast du schon jetzt einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann. »Gewiss werde ich den Auftrag ausführen«, sagte Barnabas. »Und willst du dich anstrengen, ihn möglichst gut auszuführen, Klamm selbst ihn überreichen, von Klamm selbst die Antwort bekommen und gleich, alles gleich morgen, noch am Vormittag, willst du das?« »Ich werde mein Bestes tun«, sagte Barnabas, »aber das tue ich immer.« »Wir wollen jetzt nicht mehr darüber streiten«, sagte K. »Das ist der Auftrag.« Der Landvermesser K. bittet den Herrn Vorstand, ihm zu erlauben, persönlich bei ihm vorzusprechen. Er nimmt von vornherein jede Bedingung an, welche an eine solche Erlaubnis geknüpft werden könnte. Zu seiner Bitte ist er deshalb gezwungen, weil bisher alle Mittelspersonen vollständig versagt haben. Zum Beweis führt er an, dass er nicht die geringste Vermesserarbeit bisher ausgeführt hat und nach den Mitteilungen des Gemeindevorstehers auch niemals ausführen wird. Mit verzweifelter Beschämung hat er deshalb den letzten Brief des Herrn Vorstandes gelesen. Nur die persönliche Vorsprache beim Herrn Vorstand kann ihr helfen. Der Landvermesser weiß, wie viele damit erbittet, aber er wird sich anstrengen, die Störung, dem Herrn Vorstand möglichst wenig fühlbar zu machen, jederzeitlichen Beschränkung, und der wirft er sich, auch einer etwa als notwendig erachtenden Festsetzung der Zahl der Worte, die er bei der Unterredung gebrauchen darf, fügt er sich. Schon mit zehn Worten glaubt er, auskommen zu können. In tiefer Ehrfurcht und äußerster Ungeduld erwartet er die Entscheidung. K. hatte in Selbstvergessenheit gesprochen, so als stehe er vor Klamms Türe und spreche mit dem Türhüter. »Es ist viel länger geworden, als ich dachte«, sagte er dann, »Aber du musst es doch mündlich ausrichten, einen Brief will ich nicht schreiben, er würde ja doch wieder nur den endlosen Aktenweg gehen.« So kritzelte es K. nur für Barnabas auf einem Stück Papier, auf eines Gehilfenrücken, während der andere leuchtete, aber K. konnte es schon nach dem Diktat des Barnabas aufschreiben, der alles behalten hatte und es schülerhaft genau aufsagte, ohne sich um das falsche Einsagen der Gehilfen zu kümmern. »Dein Gedächtnis ist außerordentlich«, sagte K. und gab ihm das Papier. »Nun aber bitte zeige dich außerordentlich auch im Anderen.« »Und die Wünsche? Hast du keine?« »Es würde mich, ich sage es offen, hinsichtlich des Schicksals meiner Botschaft ein wenig beruhigen, wenn du welche hättest.« Zuerst blieb Barnabas still, dann sagte er, »Meine Schwestern lassen dich grüßen.« »Deine Schwestern«, sagte K., »ja, die großen, starken Mädchen. Beide lassen dich grüßen, aber besonders Amalia«, sagte Barnabas, »sie hat mir heute auch diesen Brief für dich aus dem Schloss gebracht.« »An dieser Mitteilung vor allen anderen sich festhalten«, fragte K. »Könnt ihr sie nicht auch meine Botschaft ins Schloss bringen, oder könntet ihr nicht beide gehen und jeder sein Glück versuchen?« »Amalia darf nicht in die Kanzleien«, sagte Barnabas, »sonst würde sie es gewiss sehr gerne tun.« »Ich werde vielleicht morgen zu euch kommen«, sagte K. »Komm nur du zuerst mit der Antwort. Ich erwarte dich in der Schule. Grüß auch von mir in deine beiden Schwestern.« K.s Versprechen schien er Barnabas sehr glücklich zu machen. Nach dem verabschiedenden Händedruck berührte er überdies noch K. flüchtig an der Schulter. So, als sei jetzt wieder alles wie damals, als Barnabas zuerst in seinem Glanze unter die Bauern in die Wirtsstube getreten war, empfand K. diese Berührung, lächelnd allerdings, als eine Auszeichnung. Sanftmütiger geworden, ließ er auf dem Rückweg die Gehilfen tun, was sie wollten.